Aber ganz kurz mal ne Frage, da war ich mir übelst unsicher, deswegen hab ich nie geschossen, weil, äh, schießt Sniper auch, äh, aufm, also muss man dann Header geben, oder? Reicht auch irgendwo? Ja. Nein, ja, okay. Kann auch ein Headshot sein, aber das geht auch nicht immer ab. Ich stand da mit Timo, der gibt mir nen Header, ne, ähm, steht genau neben mir. Und einfach keiner fragt, wo der Detektor war. Ja, ich hab euch die ganze Zeit gesehen, aber mir war das ja recht egal. Ey, ich hab die ganze Zeit auf deinen Kopf geschossen, ich hab glaub ich nicht einmal nen Quilkskop versucht, ich hab aber nur nicht getroffen, weil das verdammt schwierig ist, weil ich durchgehend bewegt hab. Warte, komm mal weg von nem Fass. Ich mach, ich mach immer nen Fass weg, okay? Ja. Ja. Da ist Timo. Ja, diesmal vertrau ich dir, obwohl ich vertrau Tim. Tim, Tim? Habt ihr da oben das Fass weggemacht? Tim, hier. Du kannst mich jetzt abschießen, wenn du willst. Ja, alles gut. Aber ich vertrau irgendwie... ... was tief ist. Ich bin da noch so rum. Ich schieße nen Explosionsfass ab. Oh Gott, ey, guckt auf mein Kopf. Wenn er in die Augen kommt, jetzt zieht er. Ja, den ist Timo. Ich bin hier zu kritisch. Hi. Ja, wir sind immer noch hier. Wow, irgendwie komm jetzt ja. Wow. Gar nicht viel. War das? Ja. Ich schieße hier grad mit, äh, auf Explosionsfasser. Warte mal, wir sind schon mal vier, wir sind schon mal vier. Das heißt, okay, entweder das sind jetzt die anderen beiden, die jetzt grad nicht hier sind, die Traitor. Hinter dir sind fast weg da, aber Tim weg da. Warte. Ja, okay, ich wollte es auch grad schließen. Wo seid ihr denn? Wow, wir vier sind hier. Was ist das? Was ist das? Ja, warte mal, was steht da, Traitor. Ja, drück mal drauf. Wo? Das war das? Oh, ihr Idioten. Das ist ne Traitor. Ich, ich hab schon auf Dings geschossen, auf Merl. So, das heißt, es ist da. Nee, warte hier, wer war denn jetzt da alles drauf? Alle? Ich lebt noch. Das lebt noch und niemand. Gut, dann ist es Lars. Ja, das ist ja okay. Gut, Leute. Habt ihr gut gemacht. Ey, kann man damit rechnen, dass das ganze Gebäude zusammenfällt? Ja, natürlich. Wer war denn der andere Traitor? Ah, vor wo? Verdammt. Ja, ich glaub, wir können durch den Regen. Ja, wer war denn der andere? Wer war denn der andere? Das hat doch Spaß gemacht. Aua, vor wo denn? Ganz ehrlich, ne? Ich dachte, komm, wenn wir schon alle auf diesem Gebäude sind, dann... Ach, du warst es? Komm, dann nehm ich uns alle mit. Ach, du warst es? Ja, ich mein, für dich war es ja gut. Ja, eben, ich hab drei, drei Leute gekillt. Ich war super. Ich war super. Also mal so gesagt, wenn ich den... Ich hatte nur gehofft, dass der andere Traitor mit draufsteht und ihr nicht wisst, was den tut. Ich hab ihn nicht gesehen und daher dachte ich mir, komm... Wo bist du denn? Der Lars macht jetzt im Rest. Der Lars macht jetzt im Rest. Wenn ich den mal sehen würde... Ja, ich... Das ist halt echt scheiße. Mach das doch mal fertig hier. Ja, ich seh den. Ja, klasse. Sehr schön. Ich dachte eben schon, Tim hat überlebt. Ja, ich hab auch gedacht, Moment mal, wir dürften noch gar nicht reden. Aber... Er rollt da schön rum. Wie machst du das nochmal? Mit E oder so, gell? Ja, du musst das Fass auswählen damit... Also auf das Fass gucken wir damit eh. Ja, ich hab... War die ganze Zeit von hinten und wollte die ganze Zeit irgendwelche wegsnipe. Ich fand das so verwirrend, weil da war kein Knopf... Kein Traitor-Knopf dran. Ich hab einfach panisch draufgedrückt. Ey, ohne Witz. Ich guck da so drauf und was soll das jetzt wohl sein? Also merke ich... Da hab ich ja schon... Geht dann das ganze... Was geht denn da alles? Das ganze Gebäude geht drunter, gell? Alter, das ist doch voll krass. Dann bleib ich da gar nicht mehr stehen. Nee, echt. Ich bin Detective. Weg. Vertrau dir nicht. Timo und Tim, ich schieß mal unter euch das Fass ab, ne? Nein, 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 nein! Wenn du mich tötest, ich knall dich ab. Unter euch! Ja, okay. Sehr gut, Timo, das gilt das hier gegenfalls. Wenn du mich tötest, knall ich dich ab, was? Äh, Moment. Was ist denn eine Waffe? Wenn ich sterbe, dann töde ich dich, Junge, ey. Hier, guck so, ich hab die Waffe hier. Guck da. Was? Boah. Alter, wir haben hier... Wir sind hier Herr der Sniper. Die letzte Sniper liegt unter uns. Uh! Wenn jetzt die Traitor voll austricksen. Ich bin... Und da ist der Pierre. Und... Timo. Timo hat grad Peer erschossen. Ja, Timo war's. Oh, verdammt. Timo hat einen erschossen. Er steht oben auf der... Ich hab Timo erschossen. Ich hab ihn erschossen. Ich hab ihn erschossen. Gut. Okay, gucken. Äh, da liegen jetzt zwei Korpses. Okay, also Merlin, wir sind Inno. Wer lebt noch? Lars lebt noch. Und stimmt. Ich lebe auch noch. Lars und Tim. Das heißt, einer von euch beiden ist es. Lars und Tim tötet euch mal gegenseitig. Was? Ja, einer von euch muss es sein. Ich hab... Ja, siehste. Oh. Komm. Das war jetzt aber vollkommen random. Ich hab... Ich hab gesagt, hallo Pierre. Ja, gell? Dann hab ich dich abgekleidet. Und sag, oh du hab dich... Tschüss Pierre. Ich sag so tschüss. Ja, aber das war jetzt vollkommen random. Das könnt ihr mir jetzt nicht erzählen, dass ihr das irgendwie rausgefunden habt. Doch, pass auf. Hör zu. Ausschlussverfahren. Ich fall runter. Pairing, geil. Bin auch runtergefallen. Ich hab auf Timo geschossen. Ja. Nachdem er Pair erschossen hat. Den Detective. Das heißt, ich war sowieso Inno. Weil ich erschieß ja nicht mehr Traitor-Kollegen. Ich bin davon angefallen. So, und der Merlin hat ihn dann erschossen. Das heißt, er ist auch nicht Traitor, weil er ja auch seinen Inno-Kollegen nicht erschießt. Ja, ich dachte, du hast Dings erschossen. Nee. Ich hab den angefangen zu erschießen. Und der Merlin hat ihn dann im Endeffekt erschossen. Richtig. Ich hab gesehen, dass der Timo erst mit zwei Leuten da oben war. Ja, ich wollte so sagen, so. Ich bin über die Ding weg. Ja, ich saß halt im Turm gegenüber und hab's halt gesehen, weil ich mit der Sniper gerade verursachtiert habe. Das war natürlich dann gut. Ja. Merlin ist Detective. Was? Merlin ist Detective. Wo ist Merlin? Da ist Merlin. Ich mach auch mal Fass hier kaputt. Wie weit gehen die Fässer? Ich hoffe mal nicht. Nee, Fass. Wow. Okay, ich hab ein bisschen Schaden durch den Fass gekriegt. Aber kein Ding. Ich weiß bei diesem Gebäude, wie will ich hier vernünftig wegkommen. Irgendwie. Alter, ohne Witz hier geht grad echt alles. Ja, ich schieß alle Fässer kaputt hier in der Gegend. Äh, Tim, warte, warte, warte. Da ist Timo. Warte, hier hinten ist irgendwo noch eins. Warte, 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 warte. Da ist Pear. Ja, ich bin runtergefallen und vom Pass. Das hab ich aber auch gesagt direkt. Ja, Pear. Ich hab nur auf Fässer geschossen und gar nichts sonst gemacht. Äh, Janina, wo bist du hin? Ich bin, hä? Hä? Da. Ja. Verzeih, hä? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn vorbeigelaufen grad? Gesehen. Leben noch alle? Ja, das leben glaube ich noch alle. Ich würd gern mal irgendwo weg, wenn ich langsam weggesniper zu werden. Merlin. Ich lebe noch, ja. Gut, Lars. Ich bin auch noch, Alter. Ja. Ich mach wieder ein Fass kaputt. Timo. Ja. Janina ist vor mir und ich lebe auch. Da war gar keiner wieder bei dem Traitor. Da ist ja nicht das hier Sniperding drin. Äh, das ist hier das rote, dieser rote Pfeil da in dem Haus. Oh, du wüsst mich was denn waren. Das kann man nur als Traitor aktivieren oder was? Irgendein Sniper schießt? Äh, ja. Da kracht halt das komplette Haus ein. Timo, Timo, auf wen das? Au! Timo schießt auf jemanden. Timo? Also es ist Timo. Huch? Wo ist er denn? Timo hat einen weggesnipen. Wo? Hat er. Geh weg von mir. Bleib du vorne. Ja, ja. Wir waren doch hier grad zu dritt, oder nicht? Ja, der ist schon tot. Timo hat ihn getötet. Ach so. Deswegen hatte ich mich grad umgeguckt. Läuft da Timo lang? Ich hab... Hast du jetzt hier noch einen Sniper? Ich öffne nicht. Oh. Wo ist er denn jetzt? Der ist in den... Wo der... Wo man den Schalter machen kann. Ich hab Angst. So, und wer lebt noch? Lars, lebst du noch? Ja, ich hab den gleich. Den Timo. Per, lebst du noch? Timo hab ich. Dann ist es Per noch. Per ist tot und Tim ist tot. Janina ist weiter. Janina. Fuck. Jetzt hab ich echt nicht die Glanzleistung von dir. Wieso beobachtest du mich allzu mega? Boah, Janina. Kriegst du aber... Von da hinten? Das ging ja gar nicht. Sehr gut. Boah, Janina. Das ging ja gar nicht. Das ist ja ganz schlecht. Weißt du, ich kill... Ich kill Pierre von hinten eiskalt. Janina, du standst neben den Detektiv, ne? Mit als Sniper oder was auch immer du hattest. Nein, ich hatte keinen Sniper. Hätte ich aber sofort gesehen. Ich stand gegenüber. Ach, du hast mich geholt, Timo? Ja, außerdem hat er... Du hast mich geholt? Und ich hätte den nie mit einem Schuss bekommen. Was ist das denn für eine Minimap? Hier.